Kapitel 9 Elisabeth brachte den größten Teil der Nacht im Zimmer ihrer Schwester zu und am Morgen hatte sie die Freude, auf die Anfragen, welche sie sehr früh seitens Mr. Bingleys durch ein Hausmädchen erreichten und einige Zeit danach von den beiden eleganten Damen, die seinen Schwestern aufwarteten, eine leidlich günstige Antwort geben zu können. Trotz dieser Besserung bat sie jedoch eine Nachricht, nach Longbourn zu schicken, mit der Bitte an ihre Mutter Jane zu besuchen und sich ihr eigenes Urteil über den Zustand zu bilden. Der Brief wurde augenblicklich abgesandt und seinen Inhalt rasch entsprochen. Mrs. Bennet, begleitet von ihren beiden jüngsten Töchtern, erreichte Neverfield bald nach dem gemeinsamen Frühstück der Familie. Hätte Mrs. Bennet Jane in sichtlicher Gefahr angetroffen, wäre sie sehr unglücklich gewesen. Als sie aber befriedigend feststellte, dass Janes Krankheit nicht besorgniserregend war, wünschte sie keineswegs ihre sofortige Genesung, denn die Wiederherstellung ihrer Gesundheit würde sie wahrscheinlich sogleich wieder von Neverfield fortbringen. Mrs. Bennet wollte deshalb nichts von den Vorschlägen ihrer Tochter hören, dass man sie nach Hause bringen solle. Doch der Apotheker, der etwas zur gleichen Zeit ankam, fand es keinesfalls ratsam. Nachdem die Mutter eine Weile bei Jane gesessen hatte, ging sie mit ihren drei Töchtern auf die Einladung Miss Bingleys ins Frühstückszimmer. Bingley tat auf sie zu, gab der Hoffnung Ausdruck, dass Miss Bennet Jane nicht schlechter angetroffen habe, als sie erwartet hatte. Oh doch, das habe ich, Sir, war ihre Antwort. Sie ist noch viel zu krank, um heimgebracht zu werden. Mr. Jones sagt, dass wir nicht daran denken dürfen, so müssen wir leider noch ein wenig länger ihre Freundlichkeit in Anspruch nehmen. Heimbringen? rief Bingley. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Gewiss wird meine Schwester nichts davon hören wollen. Sie können sich darauf verlassen, Madam, sagte Miss Bingley mit kalter Höflichkeit, dass Miss Bennet jegliche Aufmerksamkeit zuteil wird, solange sie bei uns bleibt. Miss Bennet dankte ihnen überschwänglich. Hätte sie nicht so gute Freunde, fügte sie hinzu. Ich wüsste gar nicht, was aus ihr werden sollte, denn sie ist wirklich sehr krank und leidet unendlich, wenn auch mit der größten Geduld der Welt. Wie es ihre Art ist, denn sie hat das sanfteste Gemüt, das mir je begegnet ist. Ich sage oft zu meinen anderen Töchtern, sie seien überhaupt nicht mit Jane zu vergleichen. Sie haben ein wunderhübsches Zimmer hier, Mr. Bingley, und einen bezaubernden Ausblick über diesen Kiesweg. Ich kenne keinen Ort in der Gegend, der never feel gleich. Ich hoffe doch, sie werden es nicht so rasch wieder verlassen wollen, obgleich sie es nur für kurze Zeit gepachtet haben. Was ich tue, es geschieht immer rasch, erwiderte er. Und deshalb würde ich, sollte ich mich entschließen, never feel zu verlassen, wahrscheinlich in fünf Minuten fort sein. Augenblicklich betrachte ich mich jedoch als ziemlich fest hier ansässig. Genau das hätte ich auch von ihnen angenommen, sagte Elisabeth. Sie beginnen mich zu verstehen, nicht wahr? rief er, sich ihr zuwenden. Oh ja, ich verstehe sie vollkommen. Ich wünschte, ich könnte das als Kompliment auffassen. Aber so leicht durchschaut zu werden, ist fürchte ich recht kläglich. Das ist nun einmal so. Doch folgt daraus nicht unbedingt, dass ein tiefsinniges, kompliziertes Wesen mehr oder auch weniger schätzenswert wäre als eines wie das ihre. Lissi, rief ihre Mutter, denk daran, wo du dich befindest und rede nicht weiter so unbesonnen daher, wie es dir zu Hause dulden. Ich habe bisher nicht gewusst, vor Bing lege so gleich fort, dass sie Charakter studieren. Das muss ein amüsantes Studium sein. Ja, das ist es. Und komplizierte Charaktere sind die amüsantesten. Diesen Vorzug zumindest haben sie. Das Land, sagte Darcy, kann im Allgemeinen nur wenig Objekte für ein solches Studium liefern. In einer ländlichen Umgebung bewegt man sich in einer sehr begrenzten, gleichförmigen Gesellschaft. Aber die Menschen selbst ändern sich so sehr, dass man immer wieder etwas Neues an ihnen beobachten kann. Ja, tatsächlich, rief Mrs. Bennet, die sich gekränkt fühlte durch die Art und Weise, wie Darcy über die ländliche Umgebung sprach. Ich versichere Ihnen, auf dem Land spielt sich genauso viel ab wie in der Stadt. Alle waren verblüfft. Darcy sah sie einen Augenblick lang an. Wandte sich dann ab. Miss Bennet, die glaubte, sie hätte einen vollkommenen Sieg über ihn errungen, fuhr in ihrem Triumph fort. Ich für meinen Teil kann nicht erkennen, dass London einen großen Vorteil gegenüber dem Land bietet. Wenn man einmal von den Ländern und den Wirtshäusern absieht, das Land ist doch viel erfreulicher, nicht wahr, Mr. Bingley? Wenn ich mich auf dem Land befinde, erwiderte er, möchte ich niemals wieder von dort fortgehen. Und wenn ich in der Stadt bin, ist es ziemlich das Gleiche. Beides hat seine Vorteile und ich kann auf dem Land wie in der Stadt gleichermaßen glücklich sein. Freilich, das kommt daher, weil sie die rechte Veranladung dazu haben. Aber dieser Herr, sie sah zu Darcy, scheint zu denken, das Land wäre überhaupt nichts. Aber Mama, du irrst dich, sagte Elisabeth, die für ihre Mütter errötete. Du hast Mr. Darcy ganz missverstanden. Er meinte nur, dass man auf dem Land nicht eine solche Vielfalt von Leuten begegnet, wie in der Stadt, was doch richtig ist, wie du zugeben musst. Gewiss, meine Liebe, das sagte ja niemand, aber als ob man nicht so viele Leute in dieser Umgebung hier antreffen könnte. Ich meine, es gibt wenig Gegende, die bewohnter sind. Es sind 24 Familien, mit denen wir denieren. Lediglich auf die Rücksicht auf Elisabeth machte es Bingley möglich, eine ernste Miene zu wahren. Seine Schwester war weniger feinfühlig und sah mit einem sehr vielsagenden Lächeln zu Darcy hinüber. Elisabeth fragte ihre Mutter, nur um etwas zu sagen, das diese auf andere Gedanken bringen könnte, ob Charlotte Lucas während ihrer Abwesenheit in Longbourn gewesen sei. Ja, sie hat uns gestern mit ihrem Vater besucht. Was für ein liebenswürdiger Mensch Sir William ist, Mr. Bingley, nicht wahr? So kann es ein Mann der feinen Lebensart so vornehmen und so natürlich. Er hat stets für jedermann ein Wort übrig. Das ist meine Vorstellung von guter Erziehung. Und diejenigen, die sich sehr wichtig vorkommen, niemals den Mund auftun, sehen die Sache ganz falsch. Ist Charlotte zum Dinner geblieben? Nein, sie wollte nach Hause. Ich denke mir, sie wurde wegen der Hackfleischpassete gebraucht. Ich für meinen Teil, Mr. Bingley, halte mir immer Dienstboten, die allein mit ihrer Arbeit fertig werden. Meine Töchter sind anders erzogen. Aber das muss jeder selbst wissen. Und die Lucas sind sehr gute Mädchen, das versichere ich ihnen. Ein Jammer, dass sie nicht hübsch sind. Nicht, dass ich denke, Charlotte sei ganz reizlos. Immerhin ist sie unsere besondere Freundin. Sie scheint eine sehr liebenswürdige junge Frau zu sein, sagte Bingley. Oh, du lieber Gott, ja. Aber Sie müssen zugeben, dass sie ein wenig anziehend ist. Lady Lucas hat das selbst oft gesagt und mich um Jane Schönert beneidet. Ich brüste mich nicht gern mit meinen eigenen Töchtern, aber freilich Jane. Man sieht nicht so oft ein Mädchen, das besser aussieht. Jeder sagt das. Meine eigene Partaligkeit traue ich da nicht. Als sie gerade erst 15 war, hatte sich ein Herr bei meinem Bruder Gardener in der Stadt so sehr an sie verliebt, dass meine Schwägerin sich sicher war, er würde ihr einen Heiratsantrag machen, ehe wir wieder fortgingen. Aber er tat es nicht. Vielleicht dachte er, sie sei zu jung. Er schrieb jedoch einige Verse über sie und die waren sehr hübsch. So endet eine Leidenschaft, sagte Elisabeth ungeduldig. Und ich vermute, da hat es manch eine gegeben, die auf die gleiche Weise besiegt wurde. Ich möchte wissen, wer zuerst die Wirksamkeit der Poesie beim Vertreiben der Liebe entdeckt hat. Ich habe stets die Poesie als Nahrung für die Liebe betrachtet, sagte Darcy. Bei einer reinen, starken und gesunden Liebe mag das zutreffen. Was bereits stark ist, gewinnt aus allem Nahrung. Wenn es aber nur eine flüchtliche, schwache Zuneigung ist, dann bin ich überzeugt, dass ein einziges gutes Sonnett diese gänzlich zum Schwinden bringen kann. Darcy lächelte nur. Und die allgemeine Pause, die nun folgte, ließ Elisabeth vor Furcht zittern, ihre Mutter könnte sich erneut bloßstellen. Sie wollte gern selbst etwas sagen, doch es fiel ihr nichts ein. Nach einer kurzen Stille wiederholte Mrs. Bennet schließlich ihren Dank an Mr. Bingley für seine Freundlichkeit Jane gegenüber und entschuldigte sich dafür, dass ihm auch noch Lizzie zur Last fiel. Mr. Bingley antwortete mit ungekünstelter Höflichkeit und nötigte seine junge Schwester somit ebenfalls höflich zu sein und zu sagen, was der Anlass erforderte. Sie erfüllten zwar ihre Aufgabe, doch ohne Liebeswürdigkeit. Aber Mrs. Bennet war zufrieden und ließ bald darauf ihre Kutsche kommen. Auf dieses Zeichen hin lenkte sich die Jüngste ihrer Töchter nach vorn. Die beiden Mädchen hatten während des gesamten Besuches miteinander geflüstert und das Ergebnis davon war, dass die Jüngere Mr. Bingley auf die Probe stellen sollte, wegen seines Versprechens gleich nach seiner Ankunft auf dem Lande in Neverfield einen Ball zu geben. Lydia war ein großes, kräftiges Mädchen von 15 Jahren mit einem feinen Tein und heiteren Gesichtszügen, der Liebling ihrer Mutter, durch deren Eifer sie schon früh in die Gesellschaft eingeführt worden war. Sie besaß eine starke Vitalität und eine Art natürlichen Selbstbewusstseins, das sich durch die Aufmerksamkeit der Offiziere, zu denen die guten Dinners ihres Onkels und ihre eigenen ungezwungenen Umgangsformen nicht wenig beitrugen, zur Selbstsicherheit gesteigert hatte. Sie war deshalb durchaus imstande, sich wegen des Balls an Mr. Bingley zu wenden und sie erinnerte ihn kurzerhand an sein Versprechen. Sie fügte hinzu, dass es die schmächlichste Sache der Welt wäre, wenn er es nicht einhalten würde. Seine Antwort auf diesen plötzlichen Anschlag war für das Ohr ihrer Mutter höchst erfreulich. Ich bin absolut bereit, meine Verpflichtung einzuhalten, das versichere ich Ihnen und wenn Ihre Schwester wieder hergestellt ist, sollen Sie, wenn Sie es wünschen, den genauen Tag für den Ball bestimmen. Nur möchten Sie gewiss nicht tanzen, solange sie krank ist. Lydia erklärte sich zufriedengestellt. Oh ja, es wäre viel besser zu warten, bis Jane wieder gesund ist und bis dahin wird auch Captain Carter höchstwahrscheinlich wieder in Meriton sein und wenn Sie Ihren Ball gegeben haben, fügte sie hinzu, dann werde ich darauf bestehen, dass die Offiziere auch eingeben. Ich werde Colonel Forster sagen, dass es eine rechte Schande wäre, wenn Sie es nicht täten. Dann fuhren Mrs. Bennet und ihre Töchter ab und Elisabeth kehrte augenblicklich zu Jane zurück und überließ es den beiden Damen und Mr. Darcy, ihre Bemerkungen über ihr eigenes Verhalten und das ihrer Angehörigen zu machen. Der Letzte konnte jedoch nicht dazu bewogen werden, sich ihrer Kritik über Elisabeth anzuschließen, trotz all der Witzeleien Miss Bingleys über schöne Augen.